Rüstung. Die Dämon-Rüstung voll. Na dann. Er öffnet von der anderen Seite. Okay. Sollen wir jetzt hier umlaubsen oder? Wie sollen wir da durchkommen? ung. Wir kommen heute rein. So kommen wir vielleicht hoch. Und rein. Zupen drinnen. Wir kennen die Skitter, doch hier haben wir die Skitter. Genau hier kurz. Hier uns am entsprechend haben wir vorgegeben werden. Der hat nur noch umschwungen. Die können wir jetzt aufladen. Fantastisch. Gegen die Schuss damit auch schneller alle. Wir werden uns aufheben. Zwei Schuss haben wir hier. Das sind die Batterien die brauchen wir dafür. Okay, das sind die Fügelbots. Hier wurde jemand verlaut. Verfoltert und er tutet. Der ist runter ausgeschaltet. Ich brauche jetzt mal Hilfe da kommt. Ein großer Maschinensoldat. Die Panzer durchbrechen. Die Panzer durchbrechen. Der ist leichter. Der ist leichter. Das ist loinz. Aber. Der ist der Verwand. Eindruß haben wir jetzt drauf. Unter dem Tor ist kein Aufschluss. Wir müssen irgendwie dorthin. Okay. Ist eine Polizei-Sirene im Spiel? Ne sind sie nicht. Für 95 nicht zu sehr. Das wird jetzt eher unwichtig. Hoffentlich finden wir neue Batterien. Aha. Ziemlich düster hier. Okay, dann müssen wir nichts. Einmal Munition haben wir hier. Münzen. Rüstung. Na dann. Wir müssen mal hin. Das war natürlich klar, dass die hier kommen. Okay. Zwei auf einmal. Zwei auf einmal. Toll. Zwei auf einmal. Das war schlecht. wieso rüstet er denn diese maschine aus und sind nichts im herz ich bin dabei der ist tot Der hat nur noch einen großen. Au kacke. Der hatte noch eine andere Waffe. Okay, wo ist er? Jetzt, jetzt schnell. Einfach durch hier. Das hätte man nicht mehr überlebt. Gut gehabt der Fähigkeiten. Wachen wir, wenn wir hier raus sind. Die große Lobby. Mädels, der Hauptcomputer dieses Turms befindet sich in den Archiven der Regiempolizei nahe der Spitze. Schafft es irgendwie da hoch? Abby endet. Ja du Scheiße. Ja schon wieder. Warum haben die immer so eine Laser-Soldaten? Immer und überall. Wird doch irgendwann mal lästig. Okay, wir können hier nicht ran. Beskowitsch konnte das. DJ konnte das. Au kacke. Ich glaube sie lebt noch. Ich bin getroffen Sof. Hilfst du mir? Sof. Scheiße, ich bin getroffen Schwestern. Ist die auch schon tot. Oh ja. So, wer kommt hier noch? Na komm nur her. Ah, verdammt. Ja, verdammt. Jetzt. Sof. Sof. Was wollt ihr Sof? Mach die Schweine kalt! Sie bringt nicht mehr viel. Ach verdammt. Sof jetzt. Noch eine Zone. Ach wir haben hier wieder einen Laser Typ. Wir holen den gar nicht auf. Ach nur ein Hundchen. Laser Hundchen. Er ist nur ein. Das Bolden sind. Auf hier! Noch ist noch nicht in der Welt. Der wird auf den Weg überlaufen. Entferne politische Blutjärten. Keine Monition, muss aufladen. Hey, hör auf dir die Wischenversperren! Einfach ein politisches Blutjärten. Oh, ich bin mit mir hierhin. Ich bin mit mir. Der kriegt den Tritt in den Arsch. Aha. Ah. Er ist nicht nur da. So, wir können ihn auf der Seite stoppen. Na komm! Verdammter Laserrund! Oh kacka! Danke! WTF? Der Kopf der Statue fehlt. Zugeteiltes Leben. Ich schaff das nicht allein. Pack mal mit an! Ok, wir haben es freigeräumt. Wir müssen hier nach Timo betreten. Ich nicht. Ok, die Archive, die sind dort drüben. Erstmal gucke ich mich hier um. Nö, hier ist nichts. Gibt es nichts umzugucken. Hier gibt es ein bisschen Munition. Münzen. 3D Brille. Ok. Hey, der Aufzug ist hier drüben. Wir brauchen noch ein Code für das Zahlenfeld hier. Ein Code für das Zahlenfeld. Achtung, wachtung! Der Aufzug in der Bereiche ist der Bereich des Personen mit größter Sicherheitsfreigaben vorhanden. Vielen Dank! Ich habe den Code auf. Fantastisch! Jetzt entschlüsseln! Das war doch hier oben möglich, oder? Ich bin ein bisschen hinterhergerannt, aber was so ist. Entschlüsseln. 4, 3, 5, 1. Hier wird eine Rede gehalten. Das Mikrofon. 4, 3, 5, 1. So. München. Und weiter geht's. Das kennen wir doch schon. Schwestern, ihr seid kurz vor dem Büros der Regie-Polizei. Der Aufzug zu den Archiven muss hier irgendwo in der Nähe sein. Macht weiter. Verstanden, Abby. Jetzt gehen wir auch noch hin. Erstmal ganz sneaky. Du hast den Weg! Ich hab' ich nicht geholfen! Ah, einer. Es ist immer wie ich. Da ist immer lecker! Da ist immer so eine Kiste. Ja, nein! Ja, nein! Jawohl! Ändere meine Position! Oh, da! Ja, nein! So, mach die Schweine kalt! Hier, aber komm! Sie mit ihren eigenen Waffen besiegen. So. Danke. Nachladen. So. Ich muss hier auf das Gehalt werden. Ich hätte die Befürchtung, dass der NPC mir zur Last wird. Ist er auch manchmal, aber meistens bin ich ihm zur Last. Na komm, na komm. Hier stehen Flammen. Granate! Entdeckung, Jess! Hey! Wo bist du? Nicht, du Blitzschwester! Bring deine Rüstung in Ordnung! Ja, das mit der Rüstung ist so ne Sache. Geht doch schon so hin. Ja! Das hatte du auch noch. Ja! Da kriegt du Tritt in den Arsch! Oh! Es ist weg, Lord! Komm mal ein Danzer. Ich glaube, da gibt noch unten einen, aber... Da ist der Sof. Unser Weg zu den Archiven. Ja, ach, hier waren wir gerade. Ah, Munition ist voll von denen. Das Aufzug betreten. Immer die gleiche Animation. Auch diesmal nicht. Nummer 2. Ansagen gleichzeitig. Ja, das ist... ...und wir können nicht so... So, wir sind in den Archiven. Jetzt haben wir hier aber irgendwas ausgerüst. Heilige Scheiße! Du bist aber groß! Oh kacke! Was zum Fick haben wir hier? Sof! Ich weiß nicht, ob ich herkommen kann. Sof, nehm dir! Sof, nehm dir! Sof, dauert es so lange Sof! Ich brauche hier Hilfe! Nehm dir! Hilf mir Schwester! Bitte! Ähm... Sof! 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 Ich bin verwundet, das hilft mir ja nicht. Dreck neben dir. Das soll nicht sein. Hier, ja komm, wenn du mir schon nicht helfst. Kugelgewehr. Ich sehe hier nur rot. Aber wir haben ihn schon bald. Ich muss nicht vorher sterben. So, wir müssen jemanden brauchen. So, wir. Herzlichen. Alter Schwede. Na komm, eine Rüstung hat er noch. Warum bist du denn das hier? Den haben wir doch gleich. Die Rüstung ist da unten. Alle Munition. Du bist gestorben. Warum? Ach du Scheiße. Kurz vor dem Ende. Wir hatten das schon fast. Du bist. Ich bitte dich. Oh Gott, hab ich gar keinen Bock da auf diesen Kampf. Was soll denn der darstellen? Der ist so zum Kotzen dieser Kampf. Alter Schwede. Das ist so. Du Scheiße. Mit mir drauf. Könntest du mir bitte helfen? Soft kommt nicht zu Hilfe. Wenn ihm erstens abgelenkt ist. Ich bin wieder im Geschäft. Jagd dir nach. Nein. Ich bin wieder im Geschäft. Der hat irgendwo einen OP-Roboter. Ich bin wieder. Ich bin wieder auf das Hochdeutscheid. Alter Schwede. Ist doch zerrundet. Ich komme. Ich bin wieder im Weg. Sie sind nicht mehr verbunden. Jetzt bricht mal im Gegenzug deine Hilfe. Pass auf. Ja, danke. Sie ist absolut nix. Ich komm ja schon. Da muss er mal am Leben werden. Übertreibere Spiel. Pass auf. Schnell. Bin hier direkt bei dir. Er kommt zu mir. Natürlich. Leben verloren. Er ist noch nicht beansatzweise tot. Das ist die reinste Rille. Wir hatten ihn schon auf der letzten Ebene. Wir brauchen hier die Sachen nicht wechseln. Das ist ein Anrätsel. Eine Munition oder Heilung. In Heilung gibt es hier absolut gar keine. Okay, Sof kommt hier glaube ich nicht. Ist ganz woanders. Wir hatten das schon fast. Sof. Direkt vor der Schnauze Vase. Manchmal. Das ist die KI. Das ist genau das. Das ist der Finder der KI. Das ist die KI. Und hier. Das ist das. Oh Gott. Das ist das.